Hallo und herzlich willkommen in der Fülle. Mein Name ist Hans-Martin Beck, ich bin spiritueller Lehrer der Inka-Tradition und ich liebe es, das Wissen der Inkas zu vermitteln, indem es darum geht, wie die Menschen sich mit der Kraft der Natur und der Pachamama verbinden können, um zu wachsen, um Antworten auf ihre Fragen zu bekommen und den nächsten Schritt im Leben tun zu können. Vielleicht geht es dir auch so, dass du dir die Frage stellst, wozu bin ich da? Was kann ich jetzt tun? Eigentlich geht es mir ja ganz gut, aber. Und dieses Aber nagt in dir. Und wahrscheinlich hast du schon ganz viel in deinem Leben getan, hast nur vielleicht noch nicht das Richtige gefunden. Und daher lade ich dich ein. Melde dich an für diesen kleinen Minikurs. Willkommen in der Fülle. Und wir beide werden in den zweieinhalb Stunden uns auf eine spannende Reise zu dir machen. Ich zeige dir, wie du in deine Vergangenheit gehst, Blockaden erkennst, die dich heute noch behindern, weiterzukommen und wie du diese auflöst. Ich zeige dir vor allem aber auch, wie du dich mit deinem Potenzial verbindest, mit dem, was deine Fähigkeiten, deine Talente, deine Kraft, deine Schönheit ausmachen. Denn wenn du einmal selbst gespürt hast, nicht nur erkannt hast, gespürt hast, wer du bist und wohin deine Reise geht, hast du die Motivation gefunden, die nächsten Schritte zu gehen. Wenn du in deiner Reise weiterkommen möchtest, wenn du deinem Ziel von einem Erfüllten, einem Zufriedenen, einem schönen Leben weiterkommen möchtest, lade ich dich ein, melde dich an für herzlich willkommen in der Fülle und mach den ersten Schritt hin zu einer Fülle, zu deiner Fülle im Leben. Ich freue mich darauf, wenn wir uns demnächst wiedersehen und ich wünsche dir alles Gute. Mach's gut, bis bald, tschüss!